Doch nun, nun werden euch zwei altbedingende Stützen des Kameralsprogramms wieder einmal mehr mit Charme und es würde auf eine sehr entgegenkommende Art und Weise auffallen. Vielleicht kann ich wieder noch eins sagen unter dem Titel Linksgrüße aus Schottland oder Geschichten von Loch Ness. Und hier sind die Woche und Holly! Applaus 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 Ein Wien! 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 Nun, dann ist er! Mein Sack! Mit Trommel drauf! Steht ihn genau auf? Mit Trommel drauf! Juhu! 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 Und ich, wir wählen euch nun ein altes schottisches Volkslied, aus unserer alten schottischen Heimat, Schottland, mit dem alten schottischen Titel Nord-Kirkin-Schreier, spielen. Merci. Ich bin der Nudel allen bekannt, ich bin der größten Sankt hier im Land. Ich muss dir tun, das kostet viel Scheiß, und wenn ich mal muss, und ich bin der. Jabl superior 508 003 003 005- givef. Gut, ich bin der Exc generator, in einem Jahr 5 Jahr 018 005- waveg. Ja, ich bin der. Nee, nein, nein, nein! Nichts, nein! Das ist ja gewarinhand! Nach diesem schottischen Beitrag soll nur noch zu guter Letzt das Geheimnis gelüftet werden, was der Schotter wohl unter seinem Bock trägt. Diesen Zwecke möchte ich mit meinen schottischen Reizen auch nicht geizen. Zu Beginn jedoch ein Fest für den Herrn Kapellmeister. Herr Kapellmeister und ich, ich und mein Sack, wir sind schon Arsch an. Aber es gibt Leute, die sind noch viel schlimmer dran. Und von so einem rechtlichen Unterricht. Dazu brauche ich immer einen kleinen Eierschreiter. Du sollst mich nicht! Du sollst mich nicht! Ich habe einen Kunter, noch vor der Schulzeit ehe. Dem machte man schon damals das Leben ziemlich schwer. Drum ist er etwas schüchtern, mein Freund, der Moni Klein. Man soll es gar nicht glauben, er hat ein blitzes Fein. Das ist um ihn leid. Mit dem Rindelbein. Woher geht es nach Matthias? Da geht ein Licht mehr auf dem Haus. Das ist um ihn leid. Wo er amt scheint. Die Leute sehen dich nach dem Nacht und fragen noch, dann war dein Tag. Probleme hat er viel, besonders mit den Frauen. Und alle die erwarten sind bisher abgehauen. Erfreut deine Freien, doch kommt sie nicht verzeihen. Das ist um ihn leid. Das ist um ihn leid. Mit dem Rindelbein. Die Leute sehen dich nach dem Nacht und fragen noch, dass morgen kann alles um ihn leid. Das ist um ihn leid. Ich habe hier rechts hinten in einer grobelten Frau fürs Leben gefunden, ne? Ist ja richtig zu hören. Ich sage nur, oh la la, oh la la. Ich sage nur, la la, ganz normale Esther-Socke. Ja, haltet mein Mist. Die dreiweilige Frau fürs Leben. Ja, liebes Publikum, auch unsere schon ein Dreifacher. Und Sie froh? Ja, ja, ja. Echt nix? Ja, ja, ja. Und Sie froh? Ja, ja, ja. Sehen Sie euch an, das sind Sie, die zwei musikalischsten Clubs der ehemaligen Baschauer Vertragsstaaten. Kommt mal auf, Toni! Ja, das ist wahrscheinlich nicht das Thema, das bei mir offiziell so behandeln soll. Doch ich möchte das trotzdem tun. Dahingeh, der halte Krieg ist ja nun vorbei, ich weiß nicht wahr? Und dann steht sie nun da, die Bundeswehr. Nicht wahr? Steht sie da und hat kein Feindbild mehr. Nicht wahr? Und da steht sie nun ohne Feindbild. Und Sie glauben, Sie würden jetzt wahrscheinlich der ehemaligen MVA ergeben, denen jetzt wahrscheinlich kein Pult mehr. Nicht wahr? Denken, keinen Feindbild. Aber, jedes Publikum, den alten Preußen wäre sowas von wegen kein Feindbild und so. Niemals passiert. Niemals. Ich sag dir das. Niemals. Und deshalb lade ich euch ein, mit mir hineinzuschauen in den Unterricht der alten Preußen. Niemals. 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 Dieser große Bech gehabt. Monokel im Kartoffelsalat gefallen. Aber... Situation gerettet. Kartoffelsalat im Auge geknett. So, und nun werde ich Terminfarbe meiner Truppe zeigen. Schade, meine Herren, wirklich schade, die man bereinigt hat und die zu lange in der Wacht. Ja, es wird nicht mal schein, wenn du sehr nicht so bist, ob ihr mein Mann oder mein Mann seid. Ich bin der Kimmelge bis auf der, äh, hierher, Robin Horst. Ja, es wird nicht mal schein, wenn du sehr nicht so bist, ob ihr mein Mann seid. Kein Bruce, kein Alice, kein Truss, kein Scherz, kein Stimmel, kein Stimmel, kein Stimmel. HAAAAAAAAAA Wer liegt euch? Wer ist denn die Alarmärsche? Ihr seid ja der Junkwein DERALL! Das geht schneller, ihr Müllent! Das geschreierte Stringfunk-Kleffner Robert! Sollt ihr uns keine Vorschriften vergrittet? AAAAAAAN GUTT! Und verrückt geworden war, den ich hier Achtung rufe, an ein Fünfmalstück zwischen euren Arschbanken die Brennung zu verlieren. Die Augen klären. Die Augen klären. Die Augen klären. Die Augen klären. Trache, dass uns ein Tor läuft. Und dann entlang geht es noch ein... Wie war der Name? Maja? 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 Maja, ich komme mir. Maja! Mensch, Schreier! Wo kommen Sie jetzt her? Oh, 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 Entschuldigung, was sei denn, äh, Kacke, uh, Kacke, Kacke, Kacke? Bei Annahmen wird nicht bekannt, nur merken Sie sich das, und wenn Sie zu dämlich sind, sich was zu merken, dann schreiben Sie sich nicht oft, nur ich schreibe mir auch immer alle drauf. Setzen! Den war der von Meier. Können Sie lesen? Dann heute Abend Kippen auflesen. Setzen! Ruhe! Thema der heutigen Ausbildung der Ballistik. Von dem Ballistik hat jeder Soldat zu wissen, was denn ist und wie er gegrüßt wird. Äh, Quatsch. Wozu es überhaupt notwendig ist? Ballistik ist also, äh, äh, Ruhe. Man stellt sich dann vor, wenn das hier jetzt, das hier her ist, sitzt der Geschoss, sitzt er also in dem Raum hier unten so drin. Und weil er in dem Raum hier, weil er der Toni zwar bei den Knall, liegt der Geschoss, zieht er wohin? Äh, Hauptsache, Lars, richtig, selbst. Ruhe! Fliegt er also raus und fliegt in einem hohen Bogen und landet in einem hohen Bogen wieder auf die Erde zurück. Jedes Geschoss heißt das Ruhe. Es gibt keine Geschosse, die rumbleiben, ob mit Film oder nicht, runter muss es. Stimmt! Was wollen Sie? Was wollen Sie? Ja, das geht mir! Das wissen Sie? Das ist ja einfach gesagt. Ich meine, das sieht man, weil das der Kamerad mit dem nicht war. Soll ich mich? Sie wollen mich gerne fragen, was du ist denn da? Ja, keine Erde ist. Das ist eine gute Frage. Wenn da also nun kein Ziel ist, fliegt der Geschoss und denkt sich auf einmal, äh, na nun, da ist ja gar kein Ziel. Und dann macht der Geschoss Ruhe, macht der Geschoss, fliegt es also, äh, immer da und, 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 und außerdem gehört das überhaupt nicht hierher. Ja, das ist ein Samen der Marine. Jawohl! Da steht Riese hier. Da steht das hier da. Ja! Sie? Ja, Sie meine ich, Sie wandern bis zur Hüterlie. Meier, komm! Meier, Sie und hier, eine Frage. Sie stehen da, allererste Mal, machte. Dunkelheit, plötzlich kommt eine süßere und total betrunkene Gestalt auf Sie zugekrochen. Was tun Sie? Oh, und hier, ich verlasse meine Hunden. Ich habe die Wurde. Nun. Meier, wenn ich Sie wieder werde, werde ich immer wieder ich selbst. Nun. Und wenn bei euch nach oben nicht augenblicklich Ruhe einkehrt, dann hol ich mir ein Runter. Jetzt ist die Stichstunde. Alles kürzt. Ja, kürzt, 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 kürzt. Ihr sollt wohl die Kuberte expatieren. Wenn ihr sich das scheißene Bein am Musiker klaut, dass ihr mich hier vom Arsch entträgt, dann müsst ihr euch schon einen Düngeren suchen. Aber einen Düngeren, wenn ihr hier die Städte hängt, zieht ein Städt raus. Und das Mann, das ist ein Süß, und ein Weh, den kreisern will. Und das ist ein Süß, und das ist ein Süß, und das ist ein Süß.